Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Leech of Legends mit Shadow, Xali Buran, Scyltra und diesen Pille-Palle-Pulle-Teil da. Dem Affen. Dem Affen, genau. Verdammt, ich mein... Ich probiere es jetzt einfach nochmal auf Tank, das war gar nicht schlecht. Mr. Pille, bitte. Mr. Pille, wir haben auf Sie gewartet. Oh, und Versblatt? Nee, doch kein Versblatt. Nein. Ja, bis gleich. Haben wir denn Solo-Bot? Hm, die waren zu zweit oben? Äh, ja. Habt ihr wahrscheinlich bei uns? Nein. Oh nein, wir haben Chemo. Ja, bei uns ist XIN und Hex, das ist eine übrige Kombi. Oh, XIN. Hm. Dann hab ich doch gleich mal einen Enter-Haken bereit. Du Schlingel. Soll ich mal schauen, ob ich ihn schon holen kann? Einfach mal hier blind, nein. Gebüsch. Hm-hm. Nein? Willst du dich nicht gleich mit ihm anlegen? Hm-hm. Ah, ist ja langweilig. Okay, mach. Der ist eh getarnt. Irgendwas hab ich getroffen. Oder? Was? Jorik ist hier unten? WCF. Er kennt doch nicht, Jungle. Verwirrung. Unentschieden. Hm, da ist Tim. Sag ich doch. Ich bin eine Schlingel. Aber wenn er unsichtbar wäre, müsste er doch meinen Enter-Haken im Fortfum erwischen, oder? Ja, er wischt auch. Aber... Uff, Standbild. Er wird dadurch nicht sichtbar. Ach, und dann werde ich auch nicht dadurch hellengezogen. Ey, die pushen ganz schön. Der müsste den Schaden kriegen. Da kommt er. Zu früh. Ah! Sehr schön. Nein! Oh, nein. Nein. Ich hätte dich auf dich konzentriert, ich habe es so ganz außen vor gelassen. Und das mal gleich auf Jürich. Wenn Temos Wisch geht. Der hält sich zu sehr im Hintergrund. Finde ich schon ein bisschen nervig, wie die pushen. Ach ja, Temos scheiße. Ich bin ganz ehrlich, mich nervt Jürich, ehrlich gesagt mehr. Jetzt bin ich schon fast tot. Gut. Max hin, halbes Leben. Was ist das? Pass auf. Na, Temos ist an der Seite mit Sicherheit. Ah, mir ist nichts, ne? User joined your channel. Moin, Chunkas. Ich würde ihn hier gerne hören. Ähm, das wird gerade aufgenommen. Nur, dass ihr wisst. Das wird aufgenommen, ja. Jo. Stimmt nicht. Also, falls du irgendwelche strafrechtlichen Sachen uns sagen möchtest. Hat er einen Blitz verwendet? Außer, dass ihr total verkacken werdet. Das sowieso. Nicht wirklich. Stimmt nur, warum liegst du da und schläfst? Was soll denn das? Schlafgefühl. Uff. Oma. Nein. Voll. Oh, das ist nicht gut. Portech, ja genau. Ach. Na, aber ich habe ihn mitge... Nein, es war meiner. Was? Uah! Ach, ich habe... Hätte ich gesehen, dass du schon am Anlaufen wärst, wäre ich weggelaufen. Mist. Ich dachte, er oder ich... Äh, nicht wundern. Ich glaube... Ich klau gerne Kills. Ja, das ist mir egal. Nochmal, wep. Drass. Ich spiele auf Tank, ich brauche die Kills nicht unbedingt. Es... Ah ja, wollte ich mal gesagt haben. Es ist, bin ich glücklich. Oh, jetzt müssen wir zurückgehen. Wer wurde denn gerade von Timo? Ach, du wurdest von Timo gekillt. Ich, ja. Oh. Naja, der hat mitgemischt. Also... Hex hat kein Mana mehr. Ist gut. Ah. Hm. Hm. Ach, Ulti von Ding. Ich hoffe, ich habe kein Lowlife. Ja. Ah. What? Ach, du bist tot? Ja, das war die Ulti von Katas. Ja. Er macht das immer zu spät. Oh, ich habe meine Ulti. Oh, ich habe meine Ulti. Gehen. Auf das? Auf den Hamster. Die sind so schnell weg. Feige Hunde. Ach, da ist jetzt noch einer. Hello. Das war aber knapp vor knapp. Warum sagt keiner SR? Ich hab jetzt gerade nicht. Da war noch einer oder? Da war noch ein dritter Leute. Das hab ich erst nicht realisiert Leute. Bei uns waren zwei Stück. Echt? Ich hätt gedacht. Jurek heißt Jurek hat noch eine Geisterschaft mit sich selber. Ich hätt gedacht, da war einfach noch einer mit Lebensbalken. Das kann sein, dass er einfach den Geist geschwürt hat. Ah, Temo macht Magie Schaden mit seinen Fähigkeiten. Wo kommen wir in sein Spiegelbild? Immer wieder zum Schießen. Halt. Zu teuer. Oh. Ah, der holt sich auch zuerst den Hammer. Hm. Ist hier irgendwo ein Temo? Doch, da kommt er gerade. Und die kommen auf dich ziehen. Geh weg. Sollen sie doch. Nein. Ach so, da wollen sie dich natürlich. Hahaha. Lol, der war ein Gewicht. Ach, der flucht hier. Ach, alleine kann ich die nicht down machen. Doch, klar. Ne. Mit viel lieber. Ich mach zu wenig Damage. Und ich hab noch kein Level 6, verdammt. Jetzt hab ich Level 6. Timo ist zur Seite gegangen. Also der ist Richtung mitgegangen Schauen wir mal das Oh, das sind voll die Towerkuschler Towerkuschler, ist das ein Beruf? Kann ich den auch lernen? Nein, wir pushen Das ist mir so Dankeschön Hey, ich glaube, ich kann mich, wenn ich Achso, ich muss Gelände treffen, um Um mich irgendwo hinzuziehen Soll ich einen anlocken? Gut Job Der wird sterben Ich glaube, ich sollte mal einkaufen gehen, ne? Ich habe 3000 Gold zusammen Man kennt die Ulti Puh... ...fucking Ulti. Fack, 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 fack... Nach dir das? Auf, weiter! Weiter, weiter, weiter! Immer weiter! Geh, der Pilz! Durchём Dem Pilz! Ja, der Pilz! Der Pils rettet mich! Dann noch einer, noch einer! Was, noch einer? Nee, da ist keiner! Oh, Mann! Puh, gut, dass da ein Pilz stand. Guck mal, du bist von einem Ghul verfolgt. Was ist der fucking D-K-Bus? D-K-Bus wahrscheinlich. Ach, B-K-Bus. Ne, D-K-Bus. Ja, von... ne, ok. Ok, das geht. Rex hat erstmal einen Tower-Hit gefressen. Ach, die ist meistern noch einer. Loil. Ach, der hat einen Klon von sich gemacht, oder? War seine Ulti? Vorwärts. Vorwärts. Ah ja, ok. Ich hab mich schon gewundert, er war grad voll und jetzt ist er tot. Und der auch irgendwie weh tut. Ah ja, also so ähnlich wie Kartos. Ja. 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 Na toll. Hau sie tot. Ah, den annern. Jawoll. Ey, wie du kriegst den nicht mehr. Ja, ich wollte es doch gerade sagen. Oh, die Mord aus dem... außerhalb des... Gummide! Hm, mein Mana ist zu niedrig. Man, den kommt ja im Affen. Äh, der hat gewottet. Obwohl, da wahrscheinlich nicht mehr. Ein magischer Wort. Warte auf mich, warte auf mich. Komme auch. Warte! Warte auf mich, warte auf mich. Jawohl. Es war geklaut. Sorry, ich muss mal zurück. Mein Mana ist zu niedrig und... Ja, das ist wieder seine Ulti. Na, ich... ja, cool. Ich bin nicht mehr nicht tot. Glückwunsch! Dankeschön. Ja, der hat in der Tower noch gar nichts abgezogen. Ah, Chex ist wegenshin. Euer Team hat... Hm. Nein! Unser Turm! Hm. Wollen wir mal runter? Annie kommt auch gerade. Ah, der ist alle auf die... äh, alle auf die Bot Lane. Nein. Na gut, die werden sich aber schon gezogen haben. Und die folgen euch aus der Mitte. Los, hol die kleine Anmalrader. Ja. Unverwundbar. Da kommt einer. Uff! Was soll ich denn da machen, bitteschön? Nö, weglaufen. Nicht alle vor mir töten, Mann. Verdammt. Falsch. So. Oh Mann. Überall die Pilze. Ach, überall diese vergammelten Pilze. Die so schlecht kann es sein. Hm? Tumtau! Oh. Alter, wie schlecht muss das sein, ne? Das gab gut Geld. Oh yeah! Oh, ich geh mal zurück und kaufe ein. Nicht pushen. Uh, ich hab sogar schon zwei gekillt. Nicht. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ich brauche, ich brauche. Die, die, das da? Nein. Genau neben meinem Pilz. Oh. 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 Mach mal mal Drache, wenn du da fertig bist. Ja, achten, die sind da. Oh. Die kommen da. Oh. Was ist das denn? Ja, die wollen Drachen machen. Ganz schön schnell wo. Ich bin tot. Überlassen. Let's hit. Geil. Und den Drachen noch mitkullt. Kipas hat den Drachen gekillt. Auch nicht schlecht. Nein. Mach mal Blubuff. Oder willst du denn? Nein, nimm du denn. Ach, das ist doch ein Ghul gegen Grad, oder? Äh, Achtung, wenn du reinlöst, das ist ein Pilz. Ah. Ah, er hat gebrotet. Pass auf. Der hat er gebrotet. Mit Sicherheit auch. Mit Rauschen. Lass pushen. Oh. Juck, mich nicht. Bitte nicht. Oh, wie putzig. Skitzelt. Oh, oh. Nein. Ach, verdammt. Ihr sich wegflaschen. Da steht auch noch Jack. Hm, wo ist er hin? Er ist tot. Ich hab ihn getötet. Ach so, hab ich gar nicht gesehen. Ich hab ihn grad bloß noch kurz gesehen und hab ihn schon tot. Jo, kein Ding. Oh, und was anderes. Lass dich mal herkommen. Jetzt hat er sich vorm Turm unsichtbar gemacht. Ich auch. Der Geist war's tot. Aber der haupt noch nicht. Mist. Mist, ich hätte gedacht, den krieg ich da drin. Guck mal, da ist Kato. Ich will nicht sterben. Willst du nicht sterben? Du wirst doch nicht sterben. Aber Temo wird sterben. Ja, mach dich kaputt. Oh, ich werde sterben. Komm dann immer raus. Dieser Fokong einfach wegrennen. Ne, passt schon. Ich bin jetzt total verpeilt. Ich finde den Gegenstand... Ja, laufen sie. Tutorial gegen... Guck mal. Was gibt's denn hier? Aufpassen, Annie. Sieht auch gut aus. Lässt du mich hier eiskalt alleine? Alle in der Mitte? Gut, da könnte ich ihm sein. Nee. Achtung, komm zu dir, komm zu dir, komm zu dir. Ja, der kommt wieder zu mir. Das kann ich gebrauchen. Uh. Ach, ich brauch noch... Lol. Temi. Lauf durch den Gemisch durch. Oh, oh. Oh, was geht denn dort unten ab? Ein Kartus will... Muss ablaufen. Ein Kartus kommt da. Achtung. Äh, da kommt Temi 4. Ich hab Angst. Ja, du musst weggegangen, ne? Nein, ich bin so langsam. Unglaublich, bis ich da bin. Ist schon da. Ass. Nee. Hm? Nee. Achso. Hä? Aber sind doch alle rot? Ass? Ist das ein Ass? Ja. Ja. Naja, aber... Bei mir wurde keins angezeigt. Bei mir auch nicht. Aber alle sind rot angezeigt. Also... Rot ist doch tot, oder? Ja. Alles theoretisch? Naja, egal. Ach, mir tut mir leid, wenn ich geklau, Hust-Hust. Ja, von wegen. Die Nachricht hat es nicht geschafft. Eine Runde Mitleid für die Nachricht. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich hatte Jax auch ziemlich tot. Mit... Rotras Hilfe. Nein. Ich hatte ihn tot mit deiner Hilfe. Ja, bis auf... Jax. Den hatte ich vorher getät. Hat er nicht eine 3-Fach-Zugel gemacht? Keine 4er? Ich weiß es nicht. Komm mal her gucken. Ich muss mal einen herlocken. Ja, fast 4er. Fast ist aber... Achtung, die kommen... Kartus läuft auf jeden Fall in die Mitte. Ah, kein Temo hier. Warum kommt Temo nicht? Ach, schade. Weil das eine feige Loh ist. Die hat drauf rein, bitte. Oh. Annie wird geplettert. Ich muss ihn helfen. Ich bin zu langsam. Mhm. Fuck. Kartus ist entkommen. Boah. Hat... Nichts gebracht. Oh. Wie lange hat der eigentlich Bulldown? Äh... Das müsste jetzt soweit... Knapp 2 Minuten liegen. 140 Sekunden. Können wir noch den Tower kaputt kloppen? Ah, Hamster. Oh, ich hab die Erschau. Nein, ich hab immer noch die Erschau. Nein, ich hab immer noch die Erschau. Ohhhh... Ich brauch ein paar Basalen... Einheilungen. ...um Hochheilen. Annie, trenn. Tanzt hier. Oh, das sind zu viele. Nein, Annie, geh weg. Das sind zu viele. Verlassen. Verlassen. Nicht mal danke. Oh, Gott. Ist auch so gekommen. Bist du unterwegs? Vater, wir wollen auch mitspielen. Wir müssen sterben. Ach, der blöde Turm. Pass auf dich. Pass auf, hier ist alles vermint. Naja, dann geh ich mal zurück. Och, und ich bin auch noch reingesagt. Der, der... Aber erst... Der, der ist krank. Genau. No, 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 no comments. Hm, legen... Ah, ich brauch irgendwie welche. Hm, das ist natürlich auch... Wir haben gewonnen. Ach, Mann. Oh je. Das dritte hintereinander hat nun aufgegeben. Tja. Bis zum nächsten Mal. Tschau.